Das sind die Top 5 Minecraft Videos auf der ganzen Welt. Wir werden uns heute komplett gerade nach unten graben, werden den Hagiwagi Poppy Playtime Parcours absolvieren und Minecraft in ultra realistisch spielen. Schau bis zum Ende, um nicht das geheime Minecraft Video zu verpassen. Los geht's! Juuu, Kaspar, Alter! Wir sind hier einfach im Minecraft unterwegs. Und guck dir mal mein Haus an, Alter, was ich mir gebaut habe. Oh, Brudi, da hast du dir aber dieses andere gegönnt, oder was? Und guck dir aber hier die Chameleons an, die ich mir auch geholt habe. Die sind überall hier, Alter. Guck mal, der will mich, glaube ich, beißen. Lass bloß mein Chameleon in Ruhe. Aber pass auf, ich zeige dir jetzt mal ganz kurz hier mein Haus. Pass auf, siehst du mal die Tür hier? Zeig mal her, deine Bude. Oh, eine Schiebetür. Komm mal rein hier. Hier ist nämlich mein Billiardtisch, wo man Billiard spielen kann, auch, wenn man mal gerne möchte. Auch ziemlich geil, ne? Also, hast du es aber gut eingerichtet auf jeden Fall? Das habe ich gut eingerichtet, hier kannst du gerne an deine Jacke. Hier, da kannst du deine Jacke gerne ranhängen, würde ich sagen. Wenn du natürlich auch trainieren willst, ist hier natürlich auch ein eigenes Homegym, weil momentan ist ja alles zu. Dann kannst du auch so, bam, 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 gegenboxen. Und guck mal nach oben, ich habe oben ein richtig, richtig cooles. Ja, das ist richtig cool. Komm erst mal hier zu meinem Gaming-Stand-Up hin. Hier habe ich auch für dich eingerichtet. Hier ist dein Stuhl auch, kein Problem. Guck mal. Hallo Leute, was geht ab? Willkommen zum heutigen Video. Spielst du gerade Minecraft oder was spielst du gerade? Ich spiele Minecraft, Leute. Und hier kannst du auch die Ideen draufschreiben. Guck mal, hier kannst du so einen Kalender und so. Cool, das ist ja richtig cool gemacht. Auch wie das hier aussieht, in Kopfhörer auch nicht schlecht. Echt gut, hier ist dann noch Miezekatze hier. Und noch so ein kleiner Ring, wo man drin kämpfen kann anscheinend. So die Miniatursachen. Was ist das da für ein kleiner Ring? Das ist ja, da kämpfen halt welche. Was ist daran so schlimm? Ja, ich weiß auch nicht so, was daran so schlimm sein soll. Ja, und sonst habe ich hier halt auch meinen Pikachu, mein Schlafzimmer und so, wo man drin schlafen kann. Oh, was hast du hier? Fischer, auch noch so ein Aquarium. Alter, was ist denn das da unten? Das sind die. Das ist Pikachu, das ist mein Pikachu. Aber Kaspar, ich muss dir was verraten. Ich weiß, wir können theoretisch jetzt auch Monopoly spielen so. Aber das Ding ist, ich habe was im Garten entdeckt. Und das wollte ich dir mal zeigen. Ja, ich wollte das dir mal zeigen. Okay, zeig mir ja hier das Ding. Was hast du denn da entdeckt? Lass mal in den Garten, ich zeig's dir jetzt. Guck dir einfach mal diesen Mega-Baum an. Ich weiß. Ist das so ein Mammutbaum oder sowas? Äh, ja, das ist halt, ja, das ist schon mega. Und guck mal hier, hui. Ja, ja, da hast du eine Schaukel und so. Das ist halt richtig cool. Ja, richtig cool. Aber das Ding ist, guck mal was ich entdeckt habe. Und zwar steht hier, das ist anscheinend so ein Loch. Das geht in den Erdkern rein. Okay, aber ich kann hier gar nichts abhauen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich habe Spezialwerkzeug in meiner Garage. Und da steht auch übrigens, aber keinem verraten, mein richtig, richtig cooles neues Auto. Du hast dir nicht ein neues Auto gegönnt. Oh mein Gott, zeig mir. Oh mein Gott, zeig mir. Zeig mir, das will ich sehen. Erstmal habe ich ein richtig cooles Planschbecken da vorne, mit der Ente drin. Aber, guck mal hier, willst du was sehen? Mit dem Garagentor. Oh, Junge. Sehr, sehr nice. Sieht ja absolut nice aus. Hier ist mein neues Auto, da kann man sich quasi... Also, Mazda steht hier vorne. Ja, guck mal, jetzt kommt hier so... Wow! Alter, wie schnell bist du? Verdammt. Okay, okay, Kaspar. Welches Loch willst du? Rechts oder links? Ich nehme das hier. Okay, dann nehme ich ab. Wir sind auch los. Ja, okay. Abbau, 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 abbau. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Aber das Ding ist, man darf eigentlich im Einkauf nicht geradeaus nach unten graben. Das ist eigentlich so eine Sünde. Ja, stimmt, sonst fällt man in Lava, ne? Ich dachte, ich habe es gerade noch gesagt. Ey, 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 stell die Falter runter. Stell die Falter runter. Oh, nein. Oh, mein Gott. Krab runter, los. Ich brenne immer noch. Okay, alles gut. Alles gut. Warte mal. Mach mal den Lüfter hier an. Mach mal den Lüfter an. Ey. Oh, Mann. Mach mal mich hier. Oh, mein Gott. Tu mir leid, tu mir leid, tu mir leid. Ey. Yo. Yo. Ey, Farnas, war... Hast du gerade die rote Tür gesehen? Ey. Nee. Was für eine rote Tür? Da war gerade so eine rote Tür. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, hier, 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 hier. Okay, okay, alles gut, alles gut. Alter, was war das gerade? Irgendwie so ein Ventilator, so ein Lüftungsschacht oder so, oder? Ja, okay, irgendwie schon. Okay. Lass uns doch mal weiter nach unten graben. Also das war ganz schön verrückt, muss ich sagen. Ich mag es irgendwie gar nicht, in meinem Kopf geradeaus nach unten zu graben, weil man da meistens... Nee, ist doch nicht so weit. Da passieren nicht gute Dinge. Nee, nee, nee. Oh, nee. Ich hab anderthalb Herzen. Oh, mein Gott. Ich bin voll live. Wie, du hast nur anderthalb Herzen? Oh, was ist das? Was ist das hier? Hä? Ist das hier die Schokoladenfabrik von Willy Wonka? Okay, warte mal, ich kann in Lava rein, ohne zu leben verlieren, ist auch nicht schlecht. Oh, stimmt, ich auch. Warte mal, hier steht Härte Level 2. Okay. Achso, wir können... Ach, das ist gar kein Sand mehr, das ist jetzt schon so gehärteter Sand. Wir brauchen jetzt neue Schaufel. Wir brauchen ein anderes Werkzeug vielleicht, ne? Das brauche ich auch, warte. Okay, pass auf. So. Alles klar, ich... Alter, wir haben hier so komische Ponys. Aber so Essen auch hier und so, ne? Ja, und echt Essen. Warte mal ganz kurz. Das ist überhaupt hier in dieser Bude. Was sind das so Ponys? Was ist hier? Hier ist ein Einhorn, guck mal. Hier ist ein Einhorn. Oh, hey. Hallo. Kleines Einhorn. Nein, wir sind anscheinend in die Süßigkeitenfalle gelangt und jetzt müssen wir acht Lollipops finden. Ich sehe einen, ich sehe einen oben. Hier hoch. Wo denn, wo denn? Ah, hier hoch. Stimmt, da sind... Oh, hier ist auch einer. Warte, hier liegen auch welche rum. Ich habe den Lollipop auf dem Boden gefunden. Warte mal, hier. Unter hinten auch noch. Ich glaube, man muss da so einen Jump'n'Run machen oder so. Warte mal. Ja. Warte mal, muss ich dir jetzt einen Lollipop geben so jetzt? Ja, guck mal. Ich gebe mir den... Oh, nein. Was ist los? Ich wurde gerade von so... Du darfst gar nicht zu den Dings... Ah. Du darfst nicht zu den Einhörnern draußen hin. Achso, wieso darfst du das nicht? Weil die einen dann irgendwie oben einsperren. Ich weiß auch nicht, warum. Achso. Ach, ein Kerker da oben. Warte, hier liegen einfach mal Lollipops so rum. Ich habe hier auch schon welche. Noch drei Stück, noch drei Stück. Noch drei Stück? Okay, warte, jetzt noch zwei. Ich habe hier so eine Vermutung. Ich sehe sie, ich sehe sie. Wo denn? Wo denn? Guck mal da, guck mal da. Stimmt, da ist noch ein Lollipop. Da ist noch ein Lollipop. Okay, hier. Hier. Und den. Und wie komme ich jetzt? Ah, verdammt. Hast du den? Ich habe, ich habe, ich habe. Sehr gut. Okay, hier, du darfst auch einen haben. Oh Gott, ich habe Spaß bekommen. Ich komme, ich komme. So, warte mal. Ich habe jetzt, ich warte auf dich jetzt hier. Okay, okay, let's go. Und lass ihn noch nicht. Oh ja. Oh, wir haben jetzt bekommen. Eine Schaufel, eine neue. Eine Goldschaufel haben wir jetzt bekommen von Carina. Damit können wir uns bestimmt runterbauen, oder? Danke, Carina. Ich würde sagen, danke schön, Carina. Ich würde sagen, dann komm, dann. Okay, let's go. Oh, ich fange einfach an. Ja, komm, du kannst echt mit runterbauen. Wie cool ist das denn? Aber was ist das für ein Zaubersand, ne? Der Sand sieht echt so cool aus. Oh, ich weiß nicht schon, wo wir jetzt hinkommen. Hey, oh mein Gott. Wo sind wir denn jetzt? Wo ist die oben? Wir sind in einer. Oh Gott, guck dir diese Kisten an. Oh Gott, was ist denn mit den Kisten los? Warte mal. Was ist denn mit Kisten los? Wir müssen jetzt schon wieder schneller Festebergsack finden. Warte mal, ich glaube, hier müssen wir hoch. Was müssen wir finden? Was müssen wir finden? Ich weiß es auch nicht. Wie wieder eine neue Schaufel oder sowas. Okay, aber was haben wir irgendwas zu tun? Hey, die Kistenfeuer. Hier, die Kistenfeuer. Hier, die Kisten. Aua. Was? Ich bin explodiert. Wie jetzt? Man explodiert, wenn man eine Kiste aufmacht. Wie ehrlich? Pass auf, ja, pass auf. Ich glaube einfach, nein, ich glaube, du hast mir die falsche Kiste aufgemacht. Oh, hier sind leere Kisten. Ich glaube, hier ist es drin. Da war es nicht drin. Ich manage das für uns. Ich habe die gleich. Genau. Hat ja super funktioniert. Hat ja super funktioniert, Casper. Ich hatte die fast. Ja, warte, keine Sorge, ich hole die jetzt, okay? Ich hole die jetzt. Du bist eher der kleine Monkey, du musst das jetzt schaffen. Ich bin richtig der Monkey, ich sag's dir. Ich bin ein Profi. Ich bin ein geiler Minecraft-Profi. Wo wir gar nichts gesagt haben. So, ich muss nur kurz gucken, wie ich jetzt hier richtig hinspringe. So. Ja, sieht gut aus. Hier ist die Kiste am Start. Okay, hau drauf. Okay, bitte nicht explodieren. Oh, hier sind, ja. Ich habe eine neue Schaufel. Wo bist du, Casper? Hier, hier, hier. Wo denn? Hier vorne. Hier oben, oben. Da. Okay, warte mal. Äh, pass auf. Ich gebe dir ganz... Warte, ich gebe... Warte, hier. Oh, nein. Casper. Ich brauche... Nein, die haben mich aufgegriffen. Warte, ich komme, ich komme, ich komme. Komm her, komm her, komm her. Ich werfe die schnelle Schaufel hin, okay? Los, los, los. Grab, 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 grab. Oh, mein Gott. Das war mega, mega knapp. Das war so knapp. Oh, nein. Lava, lava, raus, 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 raus. Oh, oh. Okay, wir legen kann leben. Wir legen kann leben. Alles gut. Alles gut. Okay, das ist echt gut, muss ich sagen. So, was haben wir jetzt hier? Ja, okay. Oh, wir müssen schon wieder uns runtergraben. Härtelevel 10. Okay. Wir sind schon ziemlich weit gekommen. Wollen wir uns mal aufteilen? Soll ich mal hier links rüberlaufen? Du gehst mal links, ich geh mal rechts und dann... Okay, was suchen wir? Irgendwie vielleicht auch irgendwelche Sachen? Ich hab Angst, eine Kiste aufzumachen, ne? Hier ist eine Kiste. Sehe ich hier? Hallo? Kaspar, komm her. Hier ist Diamantrüstung für uns. Ich hab hier auch was. Was hast du entdeckt? Ich hab hier so eine riesige Bücherei entdeckt, aber warte mal, ich komm mal zu dir erst mal kurz. Ja. Oh, warte, hier ist noch eine Kiste. Was hast du noch für eine Diamantrüstung? Hier sind Schwerter. Ich hab ein Schwert. Warte mal. Wie, du hast Schwerter? Ja, ich hab ein Schwert jetzt hier bekommen. Das spiel ich auch. So ein Diamantenschwert. Hier ist auch eine drin. Goldene Äpfel hab ich auch noch bekommen. Okay, erst mal anziehen hier das Ding. Auch nicht schlecht. Hier, hier ist es hier. Oh, hier sind hier viele Bücher. Jaja, das ist riesig. Und hier, warte mal, was steht hier? Was steht da? Oh, ich hab einen Zauberspruch aktiviert. Was hast du gemacht? Der hier vorfug ist die Bücher. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, irgendwelche Bücher, irgendwelche Bücher. Was ist denn da? Da sind Spinnen. Was ist hier hinten? Was ist das hier? Warte mal, hier ist eine Kiste. Oh, die können wir schlagen hier. Schnell her. Was hast du? Warte, ich bring's dir mit. Ich bring's dir mit, eine goldene Spritzhacke. Ah, die brauchen wir. Die brauchen wir. Ja, hier, guck mal. Ah, das ist super. Danke, danke. Okay, okay. So, dann können wir die jetzt wieder benutzen. Dann lass uns mal wieder zurückgehen. Ich glaub, wir müssen... Ich brauch eine Pause. Du kannst eine Pause gebrauchen, wenn wir weg sind. Also, die sind ja Spinnen an der Decke auch oben. Ey, schnell abhauen hier. Ich hab Angst vor Spinnen. Und auch hier die verzauberten Bücher. Oh Gott, hier sind so viel vor. Was hast du hier angestellt? Ich weiß auch nicht genau. Ich hab langsam auch echt Hunger, muss ich sagen. Ich kann gleich nicht mehr sprinten. Ja, ich muss auch... Ich würd sagen, wir sparen uns die Äpfel noch auf. Vielleicht brauchen wir die später noch, oder? Was meinst du? Könnte sein, ja. Könnte sein. Okay, jetzt hier, komm. Okay, runter hier. Ich komm jetzt auch schon mal runden. Let's go. Ich bin echt gespannt. Also, so langsam müssen wir doch mal den Erdkern erreichen, oder nicht? Ja, ein... Alter, ich hab' ein Trampolin. Ich auch. Warte mal, was ist das denn hier? Juhu. Hä? Hier ist ein Goldtopf. Ui. Okay. Und warte mal. Warte mal, hier müssen wir... Hier müssen wir, glaub ich... Da hinten ist auch ein Trampolin. Was müssen wir denn hier machen? Ähm... Oh, jibbi. Hier ist was. Hier, geh ich mal rein, warte mal. Hier, ein kleiner Kobold. Hier. Komm her, hier ist ein kleiner Kobold. Hier ist ein kleiner Kobold. Hier, hier ist ein kleiner Kobold. Hier, ich hab' ein Gold gefunden. Ja, das müssen wir dem, glaub ich, bringen, oder? Ach so, der Kobold möchte... Ah, er sagt, bring mir das Gold. Ah, okay. Ich sehe auch eins. Cool. Oh, stimmt, da ist auch noch Gold. Da ist auch noch Gold. Okay, warte mal ganz kurz. Muss ich rumspringen, glaube ich. Ich muss leider meinen Gold und Apfel einmal essen. Na, ich habe es jetzt. So, ich will ein bisschen erleben. Ich glaube, man muss jetzt so hochhüpfen. Ah, da liegt auch noch Gold. Ich bin gerade auch mit dem Trampolin hochgehüpft. Ich glaube, man muss da mal so hochhüpfen. Da ist noch mehr. Okay, wie viel fehlt denn noch? Ah, hier ist auch noch Gold. Fünf Stück. Okay, ich habe hier ein bisschen Gold bekommen. Hier noch ein bisschen Gold. Das war der Megabock. Das ist echt voll cool, ne? Ja, ich habe sie, ich habe sie. Okay, alles gut. Warte mal, ich glaube, hier war noch irgendwo. War hier noch oben, glaube ich. Oh, ich habe zwei. Oh, hier liegt auch noch Gold. Erstmal den hier zu geben. Oh, ich sehe hier auch noch mal Gold. Ja, sehr gut. Mitnehmen. Mitnehmen. Okay, habe ich, habe ich. Okay, also. Ich habe noch zwei Stück. Wie viel fehlen noch? Drei Gold. Einer fehlt noch irgendwo. Ein Goldbarren. Ich habe noch einen. Also. Wieso, du hast noch einen? Okay, dann komme ich. Dann haben wir, glaube ich, alle, oder? Wenn ich da reinfalle. Ja, ich glaube, dann haben wir alle. Bist du am Start? Ich glaube, ich darf, wenn ich reinfalle, dann bin ich hier gefangen. Wo? Wo bist du denn? Äh, ich habe jetzt hier. Ich habe einen am Start. So, okay. Geben wir das dem kleinen Kobold. Oh, haben wir es schon. Wer hat sie uns gegeben? Hey, kleiner Kobold. Korrekt von dir. Dank dir, Kobi. Hatte noch irgendwas. Der hat anscheinend hier, der hat sogar noch so einen Nachtschrank, aber es hat leider nichts drin. Okay. Oh, aber der hat jetzt schon ziemlich viel Gold, ne? Der hat echt schon auf dem Boden, ne? Na gut, danke schön. Aber ich würde sagen, wir quatschen gar nicht mehr so lange, wir haben nämlich eine Mission. Ja, ja, wir haben nämlich eine Mission. Wir müssen nämlich runter jetzt langsam hier mal. Bis zum Erdweck. Jetzt kommen wir sogar Obsidian hier ab, wurde. Okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hey, was war das? Das war ja zu lustig. Wo sind wir jetzt hier runtergeflogen, ey? Weiß ich auch nicht. Irgendwie jung. Das ist ja wunderbar. Oh, was ist das? Da liegt ein Buch. Okay, nimm mal, was steht da? Oh mein Gott. Was ist jetzt los? Was ist gerade passiert? Warte mal. Oh, hier sind Dinosaurier. Die, 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 die Dinosaurier. Oh mein Gott. Hier sind immer Dinosaurier. Oh mein Gott. Ey, da sind auch, guck mal die Fische an. Okay, warte mal, was steht überhaupt im Buch drin? Im Buch steht, dass er hier schon seit sechs Jahren anscheinend gestrandet ist. Und er hat anscheinend irgendwo einen Schatz versteckt. In einer Höhle, sagt er. Wir finden anscheinend keinen Weg, um noch zu entkommen, sagt er. Okay, also wir müssen eine Höhle finden, so wie ich das verstehe, oder was? Und da ist ein Schatz drin? Ja, also ich glaube, wir müssen jetzt hier eine Höhle suchen, um dann quasi... Ich würde mal sagen, lass uns mal... Warte mal, er meinte auch, wir sollen dem Weg folgen. Also hier haben wir so einen kleinen Steinweg. Ach, hier, okay, ja. Oh, ist der brav hier? Ist der freundlich? Kann ich auf dem reiten? Ich kann ihn nicht hauen, ich kann ihn nicht hauen. Ja, stimmt. Aber dann, guck mal, dann lass doch mal den Steinweg verfolgen. Okay, okay. Hier ist er noch so. Oh Gott. Kann ich da das Hühnchen holen? Ich hab gerade das Schreien gehört. Ich hör die ganze Zeit hier ganz verrückte... Oh mein Gott, ich krieg hier noch Angst, ey. Es gibt ja auch gefährliche Dinosaurier, ne? Ich wollte es nur sagen. Ey, guck mal, wie das hier auch geht und so, ne? Da will ich auf jeden Fall nicht reinfallen. Okay, lass doch lieber den Weg hier verfolgen mit mir. Ja, lieber mal, safe is safe, safe is safe. So, hier, zack, okay. Ey, was ist das, die ganzen Geräusche hier? Oh, das ist doch richtig nah. Alter. Hinter uns, Raptoren, Raptoren. Lauf, fuhnt ihr auch? Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. Ich glaub, die sind gefährlich. Warte, lass mir die Bäume rüber. Lass über die Bäume rüber. Okay, okay, okay. Alter. Oh Gott, die sind auf jeden Fall gefährlich. Hier ist mit dem hier. Ich springe über die Bäume. Ich springe über die Bäume. Oh mein Gott, der greift sich an. Der greift sich an. Ah! Der hat die geschockt. Ich glaub an die vorbei. Brockscher, lass mich nicht zurück. Du lässt mich jetzt vollhängen. Ich hab's geschafft, ich bin an die vorbeigelaufen. Wo bist du passbar? Ich komme. Oh Gott. Riesige Brontosaurus. Viecher. Alter. Stürmen. Junge, die sind ja riesig. Wo bist du? Da bist du. Ja, okay, okay, okay. Alles gut. Oh Gott, Alter. Ist hier so ein riesen Triceratops oder keine Ahnung, wie der heißt. Ticeratops heißt er, glaube ich. Ja, Ticeratops. Okay, okay. Ey, warte mal. Ich hab die Höhle. Komm mal nach vorne. Das ist die Höhle. Ich glaub, die kotzen ab. Ey, komm, Leute, die. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott. Lauf, 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 lauf. Schnell, der verfolgt dich. An den T-Rex vorbei. Hey, Kaspar, wie siehst du denn aus? Und wie siehst du aus? Und wie sieht das alles hier aus? Das sieht alles richtig realistisch aus, ne? Okay, es sieht ultra realistisch aus. Ich bin sehr gespannt, was wir hier heute sehen. Also, auch der Rasen und so. Guck mal hier. Ja, guck mal, das sieht alles. Oh, Alter. Alter. Der Rasen fällt richtig um oder so? Was ist das denn, was ist mit dem Block los? Hä, das zerfällt in so komische Einzelteile und sowas. Was? Wie krass ist das denn? Okay, warte mal. Also, wenn das realistisch ist, was ist denn noch realistisch hier? Denkst du, wenn wir das Schaf hauen oder sowas? Wow, komm, das verprügelt der Schaf. Komm, komm, wir hauen es kaputt. Ruhig noch mal. Bam, 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 bam. Wow. Hä? Oh mein Gott. Wie sieht das aus? Das sieht echt mal cool aus. Warte mal, wir können doch bestimmt. Richtig viel machen oder so, ne? Okay, warte mal, hier, guck. Ich schock dir erst mal hier was zu essen. Alter, guck mal, wie das fliegt. Stimmt. Hä? Das fliegt ja richtig. Wieee. Guck mal. Ey, das sieht richtig, richtig cool aus. Okay. Pass auf, dann lass uns mal ein bisschen Holz holen, ne? Das ist ja schon mal ein paar. Holz? Aber Pferde. Oh Gott, ich hab mal. Oh Gott, das ist überall ein Pferde gesetzt. Oh mein Gott. Alter. Das Wasser. Mein Gott, das sieht so krank aus, ne? Alles die Spiegelung und so. Alter. Das sieht ja mega cool aus. Wie das aussieht. Okay, warte mal, lass mal Holz holen und ein Schwert bauen und die mal killen, die Pferde. Ja, ja, okay. Sag mal, willst du ja hier direkt die Pferde killen? Ich glaub's ja nicht. Oh, egal, was du meinst hier. Hä? Was ist denn das? Oh, ich hab einfach so ein Blatt abgebaut und es geht einfach auf den ganzen Baum. Was? Ey, das sieht ja unnormal krass aus. Wie funktioniert das auch, dass wir eine einzige Sache abbauen und dann geht der ganze Baum kaputt? Boah. Ja, ist einfach so. Ich krieg direkt vier auf einmal. Ey, das ist ja unnormal. Die großen Items. Ja, ja. Ja, sehr, sehr krass. Aber das heißt, wir müssen nur einmal abbauen und dann, zack, geht der ganze Baum kaputt. Alter, die ganzen Bretter hier. Das sieht so cool aus. Ich mach uns mal ne Crafting Box fertig. Mach mal, ich baue jetzt mal den richtig großen Baum hier ab. Mach mal, ja. Oh Gott, oh. Alter, wie das aussieht. Der hat nicht mal den ganzen kaputt gemacht. Nee, der geht nur so in bestimmten Bereich weit, ne? Okay, komm. Ich brauch hier mal die Crafting Box hin und dann lass uns mal. Willst du auch solch dir eins machen oder machst du selber eins? Hier. Äh, mach mal auf jeden Fall. Mach das mal so, dass wir doch. Ja, doch, doch. Ich mach mir auch eine eigene, ne? Besser jetzt. Okay, 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 okay. Also, komm. Ich hab das Schwert am Start. Lass uns mal ein paar Tiere killen hier unten. So, zack. Ah, jetzt hab ich die Crafting Box da Crafting Box gemacht, dich Idiot. Also, das ist ja wohl nicht dein Ernst, oder was? So, okay. Ja, ich hab mein Schwert doch jetzt hier. Alles entspannt. Okay, let's go. Ey. Das sieht auch voll cool aus, wenn man einen haut so. Ja? Das ist alles auf das Gebäude. Wollen wir das gleich mal erkunden da drüben? Okay, das kann ich mal ganz nicht auf das Pferd gehen. Wow. Nein, nicht Tachu. Tachu. Doch nicht Tachu. Okay, das sieht schon recht, das sieht schon echt krass aus. Gut genug Pferde gekillt jetzt hier. Wow, Alter, ist bei mir extrem weit geflogen. Das Pferd? Ja. Hä? Okay. Okay, Moment mal, was ist denn das überhaupt da vorne? Ja, das sind so ganz krasse Gebäude. Da oben soll auch so ein Haus sein, da oben drauf. Ein Haus? Was ist denn da drüben? Wie? Das ist so ein Villager mit einer Armbrust. Siehst du den? Der ist bewaffnet. Lass den mal killen. Ah, stimmt da. Der ist drüben auf dem Sand da drüben. Okay, warte, dann komm, lass mal ganz kurz zu dem hin gehen. Ey, der ist weg. Weg ist, Sport bei mir. Da ist er wieder. Ah, da sind ganz viele. Ey, das ist so, glaube ich, so eine Festung. Die greifen an. Denkst du, die sind stark? Denkst du, die sind stark? Schieß doch. Haha. Trau dich doch. Alter. Trau dich doch. Au. Ab, du blöder Villager. Mann. Oh Gott. Oh, lauf weg, lauf weg, lauf weg. Oh, nein, lauf. Lauf weg. Au. Ey, du hast nicht voll umgegangen. Okay, pass auf, warte mal. Das heißt, wir können jetzt entscheiden, es ist jetzt alles realistisch, ne? Okay, ja. Was ist, wenn wir, ey, wir können so viele Dinge machen, was ist, wenn wir mit TNT was wegsprengen? Oh mein Gott, das müssen wir auch mal ausprobieren. Warte mal, ich baue mir hier den Kaktus ab und, Alter. Wow. Das sieht alles so krass aus, oder hier auch Sand. Ja. Oh mein Gott. Wie das einfach aussieht. Hey. Oh, wie flach. Warte mal, wir müssen die mit, äh, wir müssen die mit, äh, Physik, äh, Dingsen. Okay, warte mal, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Pass auf, wir werden jetzt ganz viel Sand abbauen und dann lassen wir das auf die rauffallen, okay? Ja, ja, genau. Oh, die sind direkt neben dir. Okay, okay, ich hab genug, ich hab genug. Ich baue hier irgendwie, warte mal, so. Die nerven mich. Ich stell mich unten drunter. Ich stell mich mal runter hier. Au. Warte mal. Hier. Und ja. Aua, die hauen mich. Guck mal, ja. Ich hab ihn eingefangen, hast du das gesehen eben? Nein, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Lauf weg, klauf weg, klauf weg. Ich hab noch alle nach Wärzen. Oh Gott, lauf, klauf, ich nimm die Pfeile hier für dich auf. Oh mein Gott, okay, pass auf. Die kommen, die kommen, die kommen. Hey, kleiner Sandhase. Okay, das Ding ist, oh, was ist das für ein Fert? Ey. Hast du mich angst? Hast du mich gehauen? Nein, das war ich nicht, das war bestimmt der Villager. Ja, ja, ja. Lass uns mal, ey, da hinten die Burg. Kennst du die mit TNT? Das ist so TNT drin. Ja, okay, warte mal, da lass, stimmt, da lass mal TNT holen da vorne. Oh mein Gott. Ja, stimmt, stimmt. Okay, warte mal. Ich hab voll viele Pfeile in mir drin, die sind voll nervig. Ja, ich seh das schon, du wurdest voll oft schon getroffen. Oh, da hast du sogar noch so ein geheimer Eingang. Warte mal ganz kurz. Wie das alles aussieht. Wir haben jetzt hier, oh, was kommt. Oh mein Gott. Ist das echt ein geheimer Eingang? Nee, oder? Oh mein Gott, was machst du? Okay, bis hin ging was kaputt. Nein, nein, wir müssen hier vorne, das ist eine Höhle, das sind nur normale Höhlen. Alter, wie tief! Ja, ja. Sind das alles Fledermäuse? Nee. Ja, ja, doch, 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 ich hör hier auch Fledermäuse. Warte mal, hier. Okay, warte, ich geh jetzt mal ganz kurz hier nach oben und dann schau ich doch mal, ob wir da auch TNT drin haben in dieser schönen Burg. Aber ich glaube, da ist so eine Druckplatte drin und da dürfen wir auf gar keinen Fall rauftreten, weil sonst geht der ganze Laden hoch, ne? Ja. Was warst du? Hey, hier ist eine Katze. Lass dich da nicht irritieren. Oh, das stimmt. Okay, lass mal. Denkst du, hier soll eine Druckplatte sein? Ich sehe hier keine Druckplatte. Das ist gar keine Burg, das ist ein Villager-Dorf. Ja, ja. Woi. Woi, hier sind noch mehr Burgen und sowas. Vielleicht finden wir irgendwo TNT oder so in so einer Box oder sowas. Könnte gut sein. Ja, lass mal ein bisschen rumgucken. Hier muss da locker irgendwo eine Kiste sein oder sowas von denen. Denk ich auch. Das sieht alles so krass aus. Vielleicht kommen gar nicht drauf klar. Das sieht echt normal aus jetzt hier. Oh, hier ist eine Crafting Bench. Warte mal, ich gucke hier mal. Hier ist auch eine Crafting Bench, aber keine Kiste. Ey, das Wasser sieht so heftig aus. Da hast du eine Kiste in mir. Wie? Ich mach mal auf, aber nichts drin. Okay. Hast du eine Kiste? Oh, hier sind noch, oha. Vorne. Hier sind voll viele Teile. Was sind das alles für Sachen? Hier sind, warte mal. Die sind alle leer. Ich mach mal die untere, warte mal. Wow. TNT und Feuerfolge und Lava und sowas. Da hab ich auch bei mir alles drin. Alter, was? Warte mal, warte mal. Oh mein Gott. Okay. Würde ich mir also sagen, das ist Lava und ultra realistisch? Ähm. Sie ist so. Oh Gott. Die leuchtet ja richtig. Die leuchtet richtig, richtig krass. Und das hier oben, hab ich eben gesehen, ist so ein Eisengolem. Ja? Oh stimmt. Oh ja, hast recht. Ich würd mal interessieren, was passiert, wenn wir so ein TNT-Ding anzünden? Lass mal damit ein bisschen rumspielen. Ja, ja, okay. Dann lass mal kurz gucken, ob das funktioniert. Ich mach mal ein Tenny einfach mal. Die können mir so Heuballen anbrennen. Boah, das nicht rollt. Äh, ja, das geht, glaub ich. Mach mal. Werdet der jetzt? Oh, oh. Oh, 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 oh. Hä? Werde ich jetzt? Oh mein Gott, lauf. Das ist jetzt passiert gleich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, pass auf. Ach, weil es in der Lava war. Warte mal, ich muss mal ganz kurz von dem Kollegen hier. Geh mal rein ins Haus, da ist was Gutes drin. Ich hab das genau gehört, das Zischen. Wow. 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 Alter, wie krass sieht das aus? Das Fett hier. Auf das Fett halbiert. Nein, da war eine Kiste drin. Mit Brot und sowas. Stimmt, stimmt. Okay, okay, das ist ja mal. Warte mal. Jetzt würde mich mal interessieren. Was ist, wenn ich so mache? Brauch' noch mal ein paar rein. Komm im Platz. Hey, was ist die Runde, du Assi? Oh Gott. Wow. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, wie das einfach aussieht. Ey, das ist echt auch noch mal so ein Futter. Da ist einfach das Schilder und guckt. Warte mal ganz kurz. Lass mal. Wir sind ja in so einer Physik. Also eigentlich sollte... Ach so. Wie bin ich anzünden? Alter. Wow. Guck mal. Der Villager fliegt. Der ist einfach weg. Alter, wie das Wasser jetzt hier runterfließt. Hier, guck mal, das Ding ist, ich überlege jetzt gerade. Theoretisch müssten wir noch weiter so eine Physik-Mod ist, wenn wir Sachen abbauen. Ich mach mal mal ganz kurz den Spitzhacker, dann guck ich mal. So, jetzt mal ganz kurz gucken, weil wenn ich jetzt theoretisch das abbauen sollte, dann... Alter. Das war kein normaler Sand, ne? Das ist ein Sand. Nein. Alter. Alter. Das ganze Haus. Das ganze Haus. Das ist ja auch noch mal. Das ganze Haus. Da geht ja gar nichts. Da geht ja gar nichts mehr. Ähm. Oh mein Gott, wo ist denn das andere geflogen? Alter, das sieht ja auch unnormal aus. Okay. Lass mal zu diesem, äh, großen Mount Everest da. Stimmt. Achst du auf den da hinten, so beim Spawner meinst du? Ja, ja. Wir sehen uns. Ja, safe. Bis gleich. Ey, das sieht ja unnormal cool aus hier. Oh mein Gott. Und hier auch der Eisen-Golem. Wollen wir den mal killen? Ja, ja. Lass mal den Eisen-Golem killen. Warte mal, ich baue hier mal ganz kurz dieses Stück. Oh. Alter, das ist was da. Guck, ich spiele ihn runter. Den Eisen-Golem. Ich spiele den Golem runter. Pass auf. Als ob. Der Arme. Der Arme. Oh mein Gott, der Arme. Oh mein Gott, der Arme. Mr. Golem. Golem, Alter. Ich seh's nicht. Er ist, glaube ich, er ist, glaube ich, er ist draufgegangen oder so was. Ich glaube auch, wenn er das alles runterfällt. Das ist ja wohl nicht, dass er auch mit solchen Klasse. Ich verstehe, kein Spaß. Oh nein. Das war gerade ganz gefällig, dass du es gemacht hast. Pass auf, es ist. Oh mein Gott. Oh. Was? Ey, guck mal das ganze Wasser jetzt an dir, diese Sturmflut. Oh Gott, stimmt. Von dieser kleinen Quelle nur, Alter, wie realistisch das Wasser aussieht. Ich baue das lieber mal zu hier, so. Wir wollen hier keine Schuhe. Weißt du, wir bauen das lieber hier zu, so machen wir das. Ey, hör auf damit. Was denn? Ist doch gar nichts. Okay, du sagst also ein bisschen hochbauen hier mit TNT. Okay, okay, okay. Ich verstehe schon. Ja, ja. Oh, hör auf. Ey, hör auf hier. Ah, lauf. Oh mein Gott, ey. Ich bin draufgegangen. Ah, nein, ich brenne. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wo bin ich? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich brenne. Ich hör nicht auf zu brennen. Ich hör nicht auf. Oh nein, ey. Alter, was machst du denn hier? Was machst du denn da? Hör auf. Ey, wie das aussieht. Das sieht so krank aus alles, ne? Jetzt hörst du, du hörst jetzt auf, Alter. Du denkst, du bist besser in PvP als ich. Ah. Weg hier. Jetzt rück aufs Gas. Rück aufs Gas. Los. Los. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja. Ich komm weg hier. Du bist ja erstmal zu Kräften kommen wieder, ja? Was machst du da? Er macht ein MLG. Au. Und der ist auch noch mega schlecht. Ich glaub's nicht. Ich zeig dir mal, wie das geht, Digga. Du machst den hier, baust dich hoch und dann machst du so. Ganz gezielt. Schnell, rächt dich bei denen. Die kommen schon wieder. Die müssten ja eine ganze Bahn in die Luft tragen. Wir haben alle. Und? Pass auf, ich werde jetzt hier alles strategisch spazieren, ne? Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Hier. Schnell, geil dich. Die greifen schon an. Ah. Hier nochmal. Okay, ich hab zugebaut. Ich hab zugebaut mit TNT. Okay, los. Zünd an, zünd an. Irgendeine zünd. Irgendeine zünd. Jetzt nicht anzünden. Noch nicht anzünden. Ich bin noch drin. Ach so, dann plays noch. Dann plays noch. Oh mein Gott. Ich glaub, die sind hier alle weg gerade, ne? Ich hab keine mehr. Schnell, Alter, ist hier so viel. Oh mein Gott. Jetzt zünd der Bude an, schnell. Alter. Zünd an. Oh mein Gott, ich hab gezündet. Nein. Ja. Lauf. Wow. Ja. Mann. Hey, Kaspar. Roxo, sag mal, ich bin hier am Tanzen. Lass dich. Was machst du denn da, Alter? Ohne Spaß. Ich bin hier in eine Runde am Tanzen, ey. Ich seh das schon. Okay, okay. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Guck mal. Wow. Wow. Komm mal da. Hagiwagi. Ja, mehr oder weniger Hagiwagi, ne? Weniger oder weniger. Okay, was ist jetzt mit dem? Also, wieso ist der hier? Pass auf, das Ding ist, wir können jetzt hier reintreten zu Hagiwagi. Was? Stimmt. Und da gibt es ein Schwert, was man noch mitnehmen kann hier, ne? Mhm. Siehst du das? Okay. Hast du das Buch jetzt genommen gerade? Ja. Und dann würde ich sagen, aha, diese Kreatur braucht deine Hilfe. Alles, was ich brauche, aha, aha. Wow. Ich bin klein. Was hast du gemacht? Ich bin klein. Alter, wie du aussiehst. Ey, nein. Pass auf, ich will dir was zeigen. Und. Alter, du hast ja genau so klein wie ich. Ja. Hä? Alter, ich seh dich gar nicht mehr gefühlt. Okay, warte mal, wir sollen es anscheinend durch den Mund hier gehen, oder was? Ähm, okay, von Hagiwagi durch den Mund. Und, Rainer. Wow, ich wurde gegessen. Was? Wow, ich auch. Wow. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind gerade im Mund von Hagiwagi. Stimmt, guck mal, das sind die Ekelzähne. Äh, okay. Okay, komm, nimm dein Schwertbox. Wir müssen uns bis zum Ausgang kämpfen. Oh. Oh, du schubst mich hoch. Ey, pass auf. Ey, pass auf. Oh mein Gott, ich wäre fast runtergefallen. Oh mein Gott. Okay, das Ding ist, wir sind gerade mini-crime, ne? Au. Was machst du denn? Wow, alter. Du musst vorsichtig sein. Du darfst jetzt hier nicht irgendwie draufgehen oder so. Das Ding ist, ey. Was willst du, äh? Was willst du? Na, du bist ein Asri. Ja, ja. Loll. Was? Ich habe Sturzschaden bekommen. Ich kann fliegen. Guck mal. Ich fliege. Wie? Wie, du kannst fliegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum kannst du fliegen? Wir sind einfach hier in der Poppy-Trade-Time. Oh, Alter, ist was? Hä? Warte mal. Ich fliege auch. Komm runter. Wie, denn? Ich fliege. Du willst fliegen. Das ist ja mein. Hier sind so Puppen oder sowas. Kasper, ich fliege. Ich fliege runter jetzt hier. Oh mein Gott. Wir mussten hier klatschen. Klatschen. Ich komme nicht runter. Ich helfe dir gegen die Mini-Zombies. So. Mann, ich bin auch recht tot, ne? Ich bin recht tot sich gerade. Ja, pass auf. Pass auf. Du musst essen. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Die sind auf dich fokussiert. So. Und ich habe mir alle jetzt geschnappt jetzt hier. Zack, zack. Und ich habe sie mir hier geschnappt. So. Wir sind einfach in der Poppy-Playtime-Spielzeugfabrik. Oh, ich sehe es gerade. Das ist auch unnormal cool. Was haben wir denn hier noch? Hier ist so... Okay, komm, wir gehen mal hier in diese Richtung. Guck mal, hier sind so Knöpfe. Ja? Loll. Hier sind Farben. Wie, hier sind Farben? Ich bring die Farben. Stimmt. Ich glaube, wir müssen so einen Code machen in die richtige Farbeinfolge. Ja, aber ich habe hier oben auf dem Fernseher ist die Nyan Cat. Siehst du das? Ja. Meinst du, wir müssen die Farben von der nehmen? Ich weiß nicht. Können wir nicht einfach hier lang gehen und dann irgendwie hier durch oder so? Ist hier irgendwas noch? Nö, hier ist auch nichts. Gute Frage. Doch, hier ist ein Hebel. Komm ich da ran? Warte mal. Wo? Nee, da komm ich nicht ran. Da ist so ein Hebel an der Seite. Da müssen die Kisten aber für... Ah, okay, okay, okay. Pass auf. Dann müsstest du es, glaube ich, am besten so machen, dass wir echt hier die Farben benutzen. Ja, aber welch am besten? Also irgendwo müssen hier Farben versteckt sein. Warte mal. Ja, ich weiß. Ja, 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 ja. Warte mal. Was? Was hast du da? Ich habe hier draufgedrückt, was ist jetzt passiert? Hä? Ist das hier die Uhrzeit? Oder so ein Timer? Äh, ist das hier die Uhrzeit? Steht da, was passiert? Ich drücke nochmal draufgedrückt. Ist hier jetzt irgendwas... 1 Uhr 12? Irgendwas muss halt hier passieren, ne? Was man hier drücken kann oder so. Was ist das denn da hinten? Ist das noch irgendwas? Hast du da nicht die richtige Reihenfolge einfach gesehen, wenn du das gedrückt hast? Ähm, nee. Siehst du da irgendwas? Nee, drücken wir nochmal drauf. Ich drücke jetzt hier einfach nochmal drauf. Oh mein Gott, da geht so eine Luke auf hier. Und jetzt... Ich bin in so einem Lüftungsschacht, Kasper. Warte mal, warte. Ich krabbel hier weiter durch. Oh mein Gott. Du musst durch jetzt nachschneiden. Alter, es sind viel zu viele. Alter, es sind 20 Stück. Hier war gerade Haki-Waki. Ich bin gleich tot. Hier war gerade Haki-Waki bei mir. Du musst es doch eigentlich... Ich habe doch hier... Warte mal. Drück mal da jetzt irgendwas. Oh mein Gott. Die sind bei mir. Oh mein Gott. Ja, die kommen. Die kommen. Aua. Ich kämpfe da gegen einen. Okay, ich habe einen geholt. Ich bin hier noch im Lüftungsschacht. Ich beeile mich schon. Ich krabbel so schnell, wie ich kann, Kasper. Alter, hier sind bestimmt 20 Stück oder so, die mich verholen. Ich krabbel so schnell, wie ich kann. Ich kann nicht schneller krabbeln. Sieh mal ein bisschen zu da, Mensch. So, warte, hier habe ich noch so ein Ding. Mann, die spawnen hier auch die ganze Zeit. Warte, ich glaube, ich bin... Ja, warte, ich bin auf der anderen Seite. Ja. Jetzt. Hier die Tür. Irgendwas ist passiert. Komm durch. Ich habe dich hier aufgemacht. Wo muss ich durch? Kasper, siehst du mich nicht hier? Ja, ich kam, aber siehst du nicht die Puppen? Wie jetzt? Siehst du nicht hier die tausend Puppen? Ja, natürlich. Lauf. Alter, bist du korrekt? Kasper, hier muss die Tür aufgegangen sein. Wisst du das? Das Bild, geht durch das Bild rechts. Geht durch das Bild rechts. Durch das Bild. Durch das Bild. Und zumachen. Oh mein Gott. Alter, da waren ja so viele, ne? Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Okay, jetzt haben wir schon mal das gestoppt. Das war auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Oh, die Farben. Ja, ja, okay, doch, ich sehe auch die Farben. Okay, okay, also ich sage, geh mal ruhig durch wieder nach da hinten. Wir müssen eingeben, blau, orange, pink, rot. Glaubst du, blau, orange, pink, rot? Ja, da kommen wir aus, ob wir das Ding sind jetzt so viele Puppen. Blau, orange, pink, rot, blau, orange, rot. Alter, wieso haben wir das denn überleben gegen die? Ich blick gerade, ob hier noch vielleicht irgendwas drin ist oder sowas. Aber wir müssen echt in der Reihenfolge, blau, orange, pink, rot. Ja, ich probiere das jetzt. Komm, blau, orange, pink, rot. Okay, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Die kommen ein bisschen vom Hals halten jetzt. Alter, ich sehe die. Okay, die doofen kleinen Puppchen. Au. So, ich hau die kaputt jetzt hier. Orange. Orange. Oh, Gott. Ah, die hauen mich. Orange, ich muss immer wieder eine Runde laufen. Immer wieder eine Runde laufen. Orange, pink, rot. Blau, orange, okay, ich habe fast alles fertig. Der hier muss noch orange werden. Los. Alter, die sind voll viele. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ist auch schon. Komm, komm, komm. Okay, mach zu, mach zu. Mach doch zu. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Oh mein Gott. Wir müssen jetzt einfach schlachten. Wir müssen ja immer schlachten jetzt auch. Okay, warte, ich muss einfach ganz kurz. Oh. Kombos. Oh, holt sie dir. Kombos, Kombos. Die ist auch so stark, ne? Bam. 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 Oh, ab, ihr Blöden. Rubber. Oh mein Gott. Rubber. Ich hole sie gerade. Da kommt neue schon. Ich hole sie. Nein, mein Herz. Oh Gott. Ich habe sie fast, ich habe sie fast, ich habe sie fast. Das ist ja gut, du bist irgendwie stärker als hier, habe ich das Gefühl. Hier, komm. Ja, ich habe sie alle geholt, Kasper. Ich habe sie jetzt alle geholt. Bam. So, okay. Okay, okay, haben alle, haben alle. Ja gut, den kleinen hier können wir auch nochmal ganz kurz holen. Ja, den machen wir auch. Mal gucken, was hier liegt. Wieso, was liegt da? Hier liegen so Handschuhe, so ein blauer... Wow. Hä? Wie? Alter. Hä, wie krass. Ich habe auch... Alter. So ein blauer Handschuh, siehst du das? Ja, der kann so greifen, ne? Das ist krass, das ist krass. Ich glaube, den können wir hier vorne, bei diesem anderen Eingang, so oben draufdrücken. Glau... Ah. Hier. Guck mal hier, ja. Glaubst du? Rippam. Ja. Ja, ist der Aufgang, ja. Das hast du aufgemacht, sehr gut. Hä, wie sollen wir denn da jetzt runterkommen am besten? So. Ah. Alter. Boing, Alter. Alter. Oha. Das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das Hagi-Wagi. Das Hagi. Das sieht ganz normal aus, ne? Das sieht echt ganz... Hä? Oh. Puppen, Puppen, was auf? Puppen, Puppen. Okay, warte mal. Kann ich die greifen? Ja, die sollen nicht zu nerven. Kannst du die mit dem Handschuh... Ich hab sie! Ich hab sie! Au ab jetzt, du blödes Ding! Ähm, warte mal, warte mal. Ich sehe hier vorne, siehst du es auch? Was siehst du noch? Hier vorne ist noch ein blauer Eingang. Ich mach mal auf. Stimmt, mach auf. Und... Wow! Nein! Hä? Nein! Ich hab den Strom aufgemacht. Was hast du gerade gehört? Hagi ist weggelaufen. Das stimmt, der ist weg! Der ist weg! Oh mein Gott. Die Puppen sollen mal abhauen jetzt. Die nerven. Ist so, die sollen abhauen. Töne mal. Ah! Ah! Okay. Ist so, weg. Also jetzt hast du gerade irgendwas gemacht, dass jetzt Hagi abgehauen ist, ne? Äh, Hagi ist abgehauen. Siehst du da oben die Leiter? Hä? Oh Gott, oh Gott. Äh, der Hagi ist weg. Aber siehst du da oben die Leiter, da kann man irgendwie rauf. Stimmt, du hast recht, du hast recht. Äh, wie kommen wir jetzt am besten... Run? Nein. Hier sind Knöpfe, was bringt das? Soll ich die mal drücken einfach? Ja, ja, drück mal einfach jeden Knopf. Bringt gar nichts. Sicher? Ne, bringt gar nichts. Ich hab ja mal gefühlt gerade was gehört. Okay, wir müssen jetzt irgendwie zu Hagi hinkommen. Hat er noch mehr Puppen? Hier noch? Hm, aber wie können wir... Also müssen wir hinterher laufen da oder so? Ich glaube, wir müssen da durchlaufen. Hand durch und jetzt durchlaufen. Bringt das was? Nee, du bist bei mir, du läufst bei mir dann dagegen. Ja, bei mir auch. Ich glaube, da ist Hagi drin. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, wir müssen irgendwie den Schlüssel oder sowas finden. Irgendwo muss ich einer sein. Ich glaube, das hat mit der Leiter da auch zu tun. Wir müssten hier einen Jump'n'Run machen, sag ich dir. Aber wie kommen wir da am besten hoch? Hier sieht das schon mal gar nicht so schlecht aus. Hier? Ne. Warte mal. Hier so ein Jump'n'Run mäßig. Ich glaube, hier so starten. Zack. Ja, das könnte sowas sein. Siehst du mich? Siehst du mich, Kaspar? Ja, ich sehe mich sehr gut. Das sieht sehr, sehr gut aus. Oh nein. Wo bist du ganz oben? Ich bin ganz oben. Hier ist ein Schlüssel, ein Goldener. Ja? Oh, nehm ihn. Ich greife mit dem Arm. Geht das? Nee, das geht gar nicht. Wie nehm ich mir? Jetzt! Hast du ihn? Ja, aber ich habe meinen blauen Handschuh gedroppt. Ah nee, ich kann ihn mir wiederholen. Hier, so, ich habe ihn. Muss ich den vielleicht auch holen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nee, nee, nee. Ich glaube nicht. Okay. Okay, komm, wir gehen wieder runter. Ich habe den goldenen Schlüssel am Start. Okay, jetzt musst du... Das ist das goldene Schloss hier, was hier ist. Das musst du irgendwo reinpacken, glaube ich. Hier, glaube ich. Und rein damit. Ja! Okay, sehr gut, sehr gut. Dann lauf mal ein bisschen weiter durch jetzt hier. Was ist das hier? Hier ist so Strom. Mach an den Strom jetzt hier. Bringt das was? Nee. Okay, wir müssen, glaube ich... Was ist das hier? Äh, äh... Du musst drücken oder so? Du musst irgendwo den Strom aktivieren. Ja, hier ist so eine Tür halt, ne? Die muss irgendwie aufgehen. Guck mal! Hier kann man noch rüber gehen. Ach so, wir können rüber gehen? Oh ja. Was ist denn hier noch? Hier ist so ein Zombie schon wieder. Warte mal, klatsch dir mal. Du kleines Mistake! Ja, ich habe sie geholt. Oh, was ist hier? Hier ist so ein Redstone-Fad und eine Redstone-Fackel. Ja, und hier steht doch irgendwas. Okay. Okay, wir müssen anscheinend aufpassen. Äh, wir sollen uns irgendwie nicht verstecken. Okay, was soll? Wir folgen mal ein bisschen weiter in dieser Spur. Hier ist was! Was ist da? Guck mal! Hier ist so ein Strom-Ding. Oder? Was ist das? Ja! Ich habe Strom um mich herum. Und wo soll das jetzt hin? Das müssen wir irgendwo hinbewegen. Habe ich auch Strom um mich herum? Nee, nur du hast Strom um mich herum. Ja, dann nur der erste, glaube ich. Aber du musst das jetzt irgendwo hingebracht werden. Ja, komm, lass jetzt hier... Hä? Wie kommen wir hier wieder zurück? Wir müssen das hier aktivieren, das Ding. hier, aber... Ich glaube, wir müssen das echt, äh... Okay, mach mal so mal drauf. Du müsstest jetzt den Strom kriegen, oder? Mit dem Handschuh, ne? Ja. Ja. Nee, du kriegst den Strom. Hä? Wieso kriege ich denn denn die ganze Zeit? Du musst dann irgendwas machen. Hier vielleicht einmal rumlaufen? So? Hat das was gebracht? Nee, nee, nee. Hä? Aber ich muss hier bestimmt das Ding aktivieren irgendwie. Okay, pass mal auf. Ich gebe dir jetzt mal ganz kurz Strom, Kaspar. Mhm, mach mal. So, jetzt hat mich Strom. Okay, warte, pass auf. Ich habe Strom. Mach du mal auf die Druckplatte rauf jetzt hier, ne? Ja, hab ich entdeckt. Und, warte mal, rauf da. Ein bisschen höher werfen musst du? Ja, jetzt. Okay, jetzt kann ich wieder nach oben gehen, okay. Ja, sehr gut, sehr gut. Und? Und jetzt muss ich, glaube ich, muss ich jetzt hier noch irgendwo hin. Ja, ich muss das wieder freispielen hier. Warte mal, ich muss das jetzt wieder frei machen, glaube ich. Aber wo am besten? Hier oben, da oben drauf ist die Druckplatte. Ah ja, stimmt, sehr gut gesehen. Ich mache rauf und, warte mal. Wir rauf hier das Ding. Woppa, jetzt. Ja, okay, dann lass wir zurück. Genau, lass wir zurück. Oh, das musst du jetzt hier ranbringen. Da musst du sie anklatschen. Oh, okay, okay. Ja, es sollte eigentlich geklappt haben. Okay, und jetzt? Jetzt haben wir eigentlich jetzt Power hier drin. Oh, siehst du das? Wo sind das? Da sind das schon wieder kleine Dingens. Ja, stimmt, aber wie meinst du, jetzt haben wir wieder Strom? Aber es ist auf jeden Fall schon mal wieder Licht, ne? Das ist ja ganz gut. Ja, ja, also das Ding ist, das sollten... Woppa, ihr Blöden! Ey! Mann, die sind so nervig, diese kleinen Dinger. Die sind doch voll stark. Ich weiß, ich weiß, die sind echt mega stark. Okay, jetzt sollten wir eigentlich hier oben die Hand drauf machen. Ja. Hä? Wie ist das? Das geht auf. Okay, okay, es geht auf. Okay, wir gehen rein, wir gehen rein. Was ist hier? Essen, essen, essen. Süßigkeiten. Okay. Ja, kriegen wir Süßigkeiten aus? Ich kriege ja keine. Ich habe auch keine bekommen. Okay, wir gehen weiter. Gut, weiter geht es jetzt hier. Mal gucken, ob wir jetzt hier durchkommen. Hier irgendwo. Hier lang. Hier ist lang. Hier ist lang. Waaaaaah! Wieso? Was ist denn da? Waaaaaah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, was war das denn? Ja, das war... Da will ich nicht nochmal... Oh Gott! Oh mein Gott! Das ist mega dunkel. Das war haki-waki! Von unten sind irgendwelche komischen Lüfte oder so. Ich denke, wir können runterspringen. Aber ich drücke mal einen um. Glaubst du, das bringt was? Mach dich mal alle um. Nein, ich glaube... Oder? Wir müssen, glaube ich, einfach mal runterspringen. Waaaaaah! 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 Oh, ist doch mega dunkel bei dir auch. Ist echt mega dunkel. Nee, bei mir ist nicht dunkel. Ab da jetzt! Okay, komm, wir gehen ein bisschen weiter hier. Oh mein Gott! Was ist da? Hier ist nur das eine riesige Fabrik. Wow! Okay, okay. Ich muss mal die Maschenlampe anmachen. Bam! 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 Ach, Mann! Hau doch ab, ihr blöden! Bam! Bam! Ihr blöden Viecher! Okay, ich hab sie geholt. Ich hab sie geholt. Okay, okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also jetzt sind wir hier, am Standort ist es schon noch dunkel. Aber... Oh! Wieso dunkel? Ist doch nicht dunkel. Bei mir ist es voll dunkel hier. Wow, Hagi! Hinter dir! Hinter dir! Lauf! Lauf! Okay, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen ja hier nach oben gehen oder so, ne? Aber ganz schnell, aber ganz schnell! Nein! Oh! Lauf! Du jetzt hin, du jetzt hin! Hier, warte, wir müssen hier so rüberspringen, parkourmäßig. Oh, okay, okay, ich komm, ich komm. So, okay, ich bin oben, ich bin oben, ich bin oben. Bist du auch oben? Ich bin oben, ich bin oben. Oh mein Gott. Okay, was willst du jetzt machen? Wir müssen doch hier jetzt irgendwie durch, oder so, ne? Frage, gut, ich sage, jetzt sind wir hier. Oh, wir müssen diese Tapes holen, ne? Oh nein, von dem, oder was? Anscheinend, ja, zwölf Stück. Wo sollen die denn finden? Ja, die müssen doch hier... Da sind auch immer... Stimmt, da sind echt zwölf Stück. Da liegt ein, da liegt ein, ich sehe hier ein. Warte mal, und? Hab ich das geklickt? Ja, ich hab's! Ja! Hier, ich hab nur eins, warte mal. Ne, wir müssen zwölf Stück ihm geben, okay. Ja, ja, wir müssen doch zwölf Stück jetzt finden und ich hier. Da ist auch eins. Sehr gut, sammel mal ein. Okay, ich hab auch ein grünes. Okay, sehr gut, wir brauchen zwölf Stück aber davon. Also, ähm, muss ich das einfach reinpacken, oder was? Nein, nein, wir müssen zwölf Stück auf einmal, ein Stack von zwölf Stück. Ah, okay, okay, dann lass mal runter springen und weitere suchen. Ja, alles, komm, wir gucken unten mal. Spring! Wow! Alter, okay. Oh mein Gott, es ist so dunkel, ich mach mal die Taschen am Bahn hier. So, okay. Ja, mach mal an, so, pass auf, ich hab jetzt hier noch ein, zwei, einwertes gefunden. Oh, Hagi ist schon wieder da, Kaspar. Ich hab Hagi angezogen. Okay, okay, wir müssen, wir müssen... Hier ist noch eins. Ja? Okay, ich hab's, ich hab's. Wir müssen die finden jetzt, die sind hier überall versteckt irgendwo. Ja, aber Hagi ist jetzt auch hier, ne, weil ich nur so gesagt habe. Ja, hallo, ich seh ihn, ich seh ihn. Oh Gott, er kommt. Es ist hier kein Weg von uns. Ja, wir müssen die alle finden jetzt. Wir müssen die alle finden jetzt. Ich weiß, ich weiß, wir müssen jetzt irgendwie... Wir sollen hier noch überall sein? Ich seh die gar nicht immer irgendwie. Da hinten in der Ecke. Hier in der Ecke, sie seh das auch hier. Okay, warte, ich hol mir den ganz kurz, so. Die sind hier halt überall versteckt, die können überall sein. Ja. Hier hängt sich auch noch eins, warte mal. Au. Okay, hast du auch noch eins gefunden? Ja, ich hab auch noch eins. Okay, sehr gut, nehm ich mit. Okay, warte, die muss ich leider einmal ganz kurz holen hier. Die nervt mich. Hier hinter, ich schwöre es dir, hier ist doch bestimmt auch noch eins, oder? Wo denn? Hagi! Hinter dir ist Hagi, pass auf, pass auf, pass auf. Er sagt, er hat mich nicht gesehen. Er hat mich nicht gesehen. Oh mein Gott. Echt nicht? Raus hier, schnell! Glückspilz, Glückspilz. Ah, hier ist noch einer, hier ist noch einer. Hier auch noch, sehr gut. So. Okay, ich hab vier Stück, wie fährst du? Ich hab jetzt auch vier Stück. Wir müssen noch vier finden. Oh mein Gott, wo soll die denn sein? Hier ist noch so ein bisschen Jump'n'Run. Hagi kommt! Nein! Ja, du musst aufpassen, du musst aufpassen. Hagi, lass mich bitte in Ruhe, bitte. Ich hab doch gar nichts getan. Hier ist ein bisschen Jump'n'Run. Ich kann mir vorstellen, dass man hier hin muss. Nochmal, warte mal. Ja, guck mal, ich bin hier gerade oben drauf. Ja, hier ist noch eine hinter versteckt. Sehr gut, hier ist nichts mehr. Doch, hier ist auch noch eins. Auch hinter versteckt. Ja? Das war's mit mir. Ah! Ich wurde erwischt. Was? Ich bin zurück am Vorn. Nein. Nein, ich komm zurück. Warte mal, ich kann aber wiederkommen. Warte mal kurz. Ja, komm zurück, komm zurück. Oh mein Gott, ich bin hier in der Nähe gespawnt, Gott sei Dank. Alter, Hagi hat mich einfach erwischt gerade. Ey, du bist ja schlecht. Hm, noch zwei Stück. Hä? Hier, bei mir! Ich hab noch eins. Wie, wo bei dir? Hau ab hier, du blästest diese blöde Puppe da! Hau ab da! Wo hast du das gefunden? Ja, einfach oben drinnen. Okay, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Sehr gut. Es fehlt nur noch ein einziges, dann haben wir alle. Hä, also muss sich was hochklappen, oder was? Nee, nee, nächst hochklappen, das lag da einfach drin, wir sind einfach zu blind, irgendwo liegt da noch eins. Okay, warte, dann kriegen wir das letzte Locker auch nochmal hier irgendwo. Ey, da oben, guck mal, da oben ist das einfach. Ah, ach nee, Alter, wir finden das die ganze Zeit nicht. Ich komm da gar nicht ran. Ja, nein. Ich hab's. Lauf, da, Hagi kommt. Oh, okay, zwölf Stück haben wir jetzt, ist schon mal nicht schlecht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die kannst du mir jetzt mal geben, dann kriegen wir nämlich, glaube ich, einen Hebel von dem Typen. Genau, genau, genau. Okay. So, dann soll es jetzt mal hier einen Hebel geben, hier alle sechs Platten, die ich gesammelt hab. Sehr gut, jo, vielen Dank. Und dann mach mal rein, damit ihr. Ja, wir kriegen einen Hebel dafür, hab ich hier am Start. Und jetzt ist er runtergekommen. Genau, komm runter. Alter, ich bin fast tot. Ja, was machst du denn? Und was springst du auch so tief runter? Okay, Hebel ran machen hier oben. Okay, und aufwachen. Ja, okay, sehr gut. Okay, schnell wieder weg hier. Okay, jetzt weg hier, jetzt weg hier. Los, weg hier von. Du bist so ein Lüftungsschacht oder was ist das hier? Ja, irgendwie halt echt so ein Lüftungsschacht oder sowas, ne? Gut, wir müssen was essen. Was ist los? Oh, war gerade bei dir nicht ein Jumpscare? Nee, bei dir war er gar nicht. Okay. Was war da? Hagi. Nee, da war er nicht. Das ist alles gut. Wir waren gerade ein Jumpscare. Oh Gott, oh Gott. Dann ganz kurz hier ein bisschen checken. Oh, ich habe hier gerade passt. Wie jetzt? Oh, Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was war denn das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie kommen wir jetzt hier weg? Äh. 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 Oh Gott, das ist Hagi schon wieder. Und hier sind so Laufbänder. Hier die Treppe hoch, hier die Treppe hoch, glaube ich. Ehrlich? Ja, safe, 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 safe. Ich sage nicht hier unten. Oh, hinter uns. Lauf, wer schnell. Oh nein. Oh mein Gott, der ist hinter uns. Der kann auch die Treppe hochlaufen, Kasper. Er hat mich. Ich bin eingefallen. Wie soll ich denn jetzt? Oh, nein. Oh Gott, der ist auf den Runking hier. Das ist ja kein Problem. Nein. Ja. Nein. 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 Ich bin so tot. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Okay, okay. Ach, guck mal, hier ist hier so ein Stromteil. Okay, okay. Jetzt müssen wir auch nicht Strom ran machen. Strom? Ich habe den Strom. Und jetzt, wohin? Äh, gehe weiter hier. Hier, mach's da drüber. Okay. Und drüber. Sehr gut. Ich habe noch den Strom. Und nächstes, nächstes. Wo ist das? Ähm, ich guck gerade mal hier. Gut, hat die Hand sein, wo du raufbauen musst. Unten, nee, hier auch nicht. Warte, ich glaube, hier ist noch was. Noch mal eine Hand. Oh, jetzt ist wieder weg. Hä? Ja, es ist hier, ja. Lol. Oh mein Gott. Ja, sehr gut, sehr gut. Und hier ist das andere Stromding. Muss ich jetzt einfach. Hä, jetzt ist der Strom aufgehört gerade. Genau hier. Warte, hier musst du runter, glaube ich, gehen. Aber, nee, warte mal. Wir müssen jetzt, warte mal. Aktivieren wir hier wieder rum. Genau. Jetzt hier ran? Jetzt müssen wir hier die Hand wieder ran machen. Ach, hast du den Strom da? Nee, das ist ein anderer Strom. Ein anderer Strom. Okay, warte mal. Also hier kann man das so hin und her schieben, glaube ich. Ja, genau. Hier kann man sich den Weg hin und her schieben. Ja, okay. Also ich spiele mir noch mal ganz kurz den Strom hier. So, zack. Bam, habe ich am Start. Jetzt müssen wir hier, jetzt musst du hier den Weg wieder für mich hin und her schieben. Okay, also schnack mal hier gehen. Genau. Okay. Ja, sehr gut. Du musst das hier drunter gehen. Rechts drunter oder springen. Spring. Passiert nichts. Oder? Warte, ich habe jetzt auch Strom. Jetzt auch Strom. Müssen wir uns berühren oder? Nee, jetzt ist der Strom wieder aufgehört. Warte mal hier, ach, den Weg müssen wir nehmen. Sogar keinen Weg. Aber hier muss man irgendwie garantiert den Weg irgendwie abkürzen oder so, dass ich dir den gebe. Hä, warte, warte, warte. Ich muss auch aufgehört. Ich kann den, glaube ich, mit Redstone dir rüberspielen oder so, den Strom. Bei einer anderen Redstone-Platte oder sowas, oder? Weiß ich nicht. Wow, okay, wir haben verboten müssen. Wir hätten das zusammen verbinden müssen dann hier. Ja, ja, okay. Jetzt die Frage. Jetzt aktiviert ist die Frage, weil wir jetzt Strom wieder haben. Ich glaube, wir müssen jetzt wieder nach unten gehen. Genau, wir müssen jetzt wieder nach unten gehen. Wow, das war gerade mega knapp. Alter, ach so, ich habe auch so sehen, deine weggemacht. Lol, gar nicht bis zu gehen. So, warte mal hier rüber nochmal, komm. Und zack, rüber jetzt hier, komm. Und runter. Hier können wir hier schon runter. Ich überlege, wo wir hin. Was machst du denn? Wir müssen einen Schlüssel, oder wir müssen einen Leg finden, die wir stehen. Place Toy, wir müssen da was hinpacken, um da zu entkommen. Oh, nein. Mann. Okay. Hagi ist da zum Glück noch gefangen, ne? Ja, safe, stimmt. Okay, wir haben ihn eingesperrt. Ich glaube, wir müssen da was hinlegen. Ja, ich packe da jetzt mal meine Hand hin, okay? So, jetzt! Die Maschine ist an! Was? Oh mein Gott, guck mal, die Spielzeugmaschine ist an jetzt! Ich weiß, aber... Was passiert jetzt? Hier sind ganz viele Hände, guck mal, hier können wir draufdrücken. Hält mal mit. Stimmt. Okay, warte mal. Und, auf. Hand? Ja! Alle aktivieren! Das sind die Spielzeuge, die wir aktivieren hier. Wow! Und jetzt gehen Maschinen los! Haben wir noch mehr Spielzeuge? Ja, guck mal, hier sind jetzt auf dem Laufband Spielzeuge. Stimmt. Warte mal, wir müssen noch irgendwas hinlegen, oder nicht? Ne, ich glaube, das Laufband muss jetzt irgendwas... Ich glaube, die produzieren jetzt ein Spielzeug. Ganz viele Puppen! Pass auf! Oh mein Gott! Alter, wo kommt die alle her? Okay, pass auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, warte mal. Ab hier! Ah! Bam! Oh nein! Ah! Ah! Okay, ich probiere die gerade alles wegzuhauen hier. Ihr sollt weg! Aber die kriegt man eigentlich ganz leicht geholt, muss ich sagen. Ja, ja, bei mir, Alter, ich brauche schon so meine 5, 6... Alter, es leckt auch! Es hat vorhin so ein Limmereck. Haha, du hast geholt. Du hast geholt, du hast geholt. Mann, ey. Was war das gerade? Hä? Ein Spielzeug! Da! Wo? Ja! Doch nicht. Hä? Ja, hier, der Hund! Oh mein Hund! Da! Mr. Dackel! Aua! Stopp, der Mr. Dackel! Da, die blöden Dinger. Bam! Hau mal ab jetzt! Okay, ich probiere... Okay. Mr. Dackel wird noch angesprüht, glaube ich. Ich glaube, der wird noch angefärbt oder so gerade. Der wird noch angesprüht? Ja. Hier, weg mit dir. Weg mit dir. Und weg mit dir! Ja! Das hört sich fertig an. Das hört sich fertig an. Nee, es wird angesprüht. Jetzt kommt Mr. Dackel hier gleich. Oh, der können wir entkommen, ne? Ich weiß jetzt nicht, was wir damit machen können. Können wir das noch hinbekommen? Wir müssen das da rauflegen dann gleich. Wo bleibt der jetzt, der Mr. Dackel? Da ist er! Mr. Dackel, du! Oh, ich hole ihn! Da, ich seh ihn! Ich kann ihn doch gar nicht nehmen, oder? Mit der Hand gleich? Ja! Nee, doch nicht. Das geht erst hier drauf. Okay. Komm schon! Mr. Dackel, fackel! Ja! Okay, pass auf, dann leg ihn dir vorne rauf. Leg ihn dir vorne rauf. Du hast ihn, oder nicht? Nee, du hast ihn. Ich stimme, ich habe ihn. Okay, okay. Und drauflegen. Ja, drauflegen. Okay, habe ich. Und jetzt liegt der da schlecht? Wow! Maggi! Lauf! Oh mein Gott! Oh mein Gott, die sind voll schnell! Hier ist ein Lüftungsschacht rein, ihr Brox, so kommen! Oh, der blockiert die! Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott! Er ist hier drin! Er ist hier drin! Alter, die vergift! Nein, lauf! Die vergift! Nein! Alter, das ist ein Todeslabyrinth! Wo bist du? Wo bist du? Ich bin irgendwo im Labyrinth! Ich bin irgendwo im Labyrinth! Ich such dich gerade! Ich auch, ich bin hier im Labyrinth! Ich bin auch im Labyrinth! Ist das hier richtig, hier, wo ich lang gehe? Ruhig, geht's runter! Hier geht's runter? Ja? Ah, der ist hinter mir! Oh, guck, der ist drinnen! Guck dir hier hin, Kaspar! Ich hab den Weg! Ich hab den Weg! Ja! Ich hab's! Komm her, komm her! Oh, Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Guck dir mal sein Gesicht an! Ja, ich sieh's! Der ist so ekelhaft! Okay, komm, wir gehen weiter! Okay, dann, ich glaube, wir müssen hier durch oder so, ne? Hier lang, oder was? Das sind unsichtbare Wände, oder was? Ja, ja, ich glaube schon! Müssen wir hier irgendwie runterspringen? Ich überlege gerade! Ich glaube, wir müssen hier runter, oder was? Ja, wow! Ja, hier geht's rauf! Wow! Ach, das hier ist ein Weg, lol! Oh Gott, ich hab die aus dir runtergeschossen! Okay, okay, dann laufe wir weiter und lass uns mal hier reingehen! Das ist eine Treppe! Da hinten ist so ein roter Eingang! Siehst du den da links? Äh, oh ja, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn, da müsst ihr jetzt hinlaufen, oder was? Anscheinend schon, das sieht nach Ausgang aus! Ich hoffe mal! Okay, dann, hier müssen wir langen! Ja, hier, okay! Los, entkommen! Ja, juhu! Entkommen! Juhu! Oh nein, Kaspar! Alter, Hilfe! Hilfe! Wow! Hä? Oh! Wow! Wir wurden ausgekackt! Der hat uns ausgekackt! Und wir sind hier normal groß! Stimmt! Lol, wir haben's geschafft, Broxel! Juhu! Juhu! Yo, Leute, was geht ab? Minecraft, Digger! Okay! Leute, seid ihr gespannt auf die Lucky-Blöcke? Es kann alles passieren, wenn wir die öffnen, okay? Wisst ihr das? Ja, Glückspieße, Malato kickt gleich wieder richtig! So, also, ich habe, glaube ich, nochmal hier die goldene Spitzhakette. Ja, die nehme ich mit! Alle schon dabei, meine Freunde! So, also, wer möchte anfangen, hier den Lucky-Block zu öffnen? Ich würde sagen, Kaspar, Digger! Kaspar am Anfang! Erde für ihn! Neser-Steine! Was war das denn? Was sei denn, blöd! Junge, lass die Steine da drüben! Okay, ich mache den nächsten, Digger! Die nehme ich gerne mit, Digger! Die nehme ich gerne mit! Was ist los? Oh! 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 Was? Ey! Oh mein Gott! Also, ich habe meine ganzen Sachen wieder, denkt dran, da werden wir nämlich am Ende noch eine Arena, wo wir gegeneinander kämpfen werden, ne? Das heißt, Leute, equippen! Equippen, Digger! Also! Ey, guck der nicht rein, mach nicht hier echt! Ja, okay, also dann hier, Dello, mach mal deine auf! Ey! Pfeif mal dein Hunter zurück, jetzt! Was? Sag mal, hallo! Fass! Nein! Ey, Doggo, Alter! Sag mal! Greif's wieder an! Boah, Jungs! Ich bin gleich tot, ey! Der hab ich gegessen! Also, ich war jetzt hier... Mein Lucky Block, Digger! Oh, guck mal! Guck mal, was wir kommen auf, Jungs! Bärtenbogen, Digger! Hau ab! Den brauchst du hier doch noch für später! Hunde! Hunde! Wo seid ihr? Fass, bitte! Jawoll, Digger! Hau rein! Nein! Hau raus! Okay, mach nichts drauf! Okay! Ey, die sitzen, die sitzen, alles gut! Boah, Digger! Guck dir mal! Digger, arbeitest du im Zoo, oder was? Junge! Was geht denn da ab? Los, Wunde! Greif's wieder an! Oh, Leute! Ich hab Eimer! Was ist das denn? Ich hab ein Beacon bekommen! Damit kann man, glaube ich, Sachen besser machen! Ja, nix kannst du damit! Echt, Digger? Nicht schlecht! Ey, ab mit der Lava! Mach die Lava weg! Du Schwein! So! Also, mach mal den nächsten Lucky Block auf! Ein glückliche Schaf! Was bringt mir das? Lackeschieb! Dann mach mal deinen nächsten Block auf, Digger! Oh, Digger! Enderaugen! Richtig viele Enderaugen, Alter! So, ich mach jetzt auch mal ganz kurz auf! Was soll ich jetzt bekommen? Ich hab Leben bekommen! Oder Hasen! Und Hasen! Alter! Ruf, Digger, Leute! Die Enderaugen sind für die Arena gut! Ja, die warst du später! So, dann mach mal deinen noch auf! Los, mach deinen Lucky Block auf! Let's go! Wow! 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 Ich mach das Ding mit dem Bogen auf, Digger! Alter Schwede! Okay, es ist weg! Es ist weg! Okay, es ist weg! Gut! Ich mach einmal meinen nächsten auf hier! Hey! Ja! Eimer! Das ist sehr gut, Leute! Lava Eimer und so kann man alle sehr gut gebrauchen! Ja, wir gucken mal, Digger! One is lucky! Oh! One is not! Leute, ich hab die Wahl! Es gibt einen Lucky Block und einen Unglicks! Oh, Mann! Oh, Digger! Ich geh mal ein Stück weg von ihm! So! Okay, mach auf! Ich nehm den! Lucky! Das war der Lucky One! Ich mach den anderen auf! Hä? Fake! Glück gehabt, Digger! Glück gehabt! Fake-Glöcke! Okay! Na gut! Dann! Wer macht den nächsten auf? Ich mach auf hier! Oh! Oh! Einer ist nur glücklich, Digger! Nimm den rechten! Boah! Alter! Was? Er hat noch schon das gesehen! Er hat gerade das Dia-Schwert bekommen! Ja, sogar ein übelfach krass! Es ist schon mal zweites! Was? Zwei, Digger! Was? Will jemand eins haben? Ja! Ja, Digger! Leon hat schon einen Bogen, Alter! Hier, Denno! Hier! Nein! Mach mal den zweiten auf hier! Was ist das? Steht da eigentlich ein Haus? Was ist das? Was ist das, Digger? Was passiert da? Wow! Nein! 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 Meine ganzen Sachen! Hallo! Das Problem ist jetzt, wir kommen jetzt hier weiter. Ich mach nochmal Lucky Block hier auf und... Oh mein Gott! Da war ein Schwert drin! Wow! Nein! Was ist hier los? Hilfe! Spinnen! Lauf! Ey, die verfolgen mich alle! Oh, da, oh, da, oh! Back, 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 back! So, hier! Baby! Giftspinne! Bitte lass mich! Nein! Ey, auf jetzt! Na auf! Ich bin das nicht! Das ist das Gift! Ich opfer mich für die alle! Ne, mach nicht die Zeitbombe auf! Mach nicht die Zeitbombe auf! Mach nicht die Zeitbombe auf! Nicht die Knopf drücken! Nicht drücken! Der Creeper, Digger! Oh! Oh mein Gott! Oh nein! Ich bin absolut dead! Ich bin so schnell! Er kann so ganz schnell! Oh, Leon scammt alles! Digger, dieser kleine Blödmann! Nächstes Ding hier! Wunschbrunnen! Oh nein! Ein Wunschbrunnen! Okay, pass auf, ich werf mal rein jetzt hier! Zack! Lass mal rein da! Jawoll, Digger! Nein, ihr Assis! Ihr Assis! Abschmatz das! Abschmatz das Quad, Digger! Nice! Assi! Ich bin Schwein! So! Okay, Leute! Wunschbrunnen hat sich auf jeden Fall gut erfüllt! Ein paar Sachen sind jetzt am Start! Paar Diamanten und so! Finde ich gut! Oha, Digger! So! Wir machen den nächsten Vlog auf! Oh! Nur einer hat Glück! Nur einer hat Glück! Leute, das stinkt! Also nehmen wir rechts! Oh! Oh, Digger! Was ist das denn? Oh, wer ist er denn, Digger? Okay, ich mach den nächsten auf! Nein! Es wird jetzt Zeit für den Parkour! Oh! Wenn man hier runterfällt, ne? Eieiei! Dann verliert man alle... Alle seite Sachen! Nein, mach keinen! Ich hab Blöcke! Ich hab noch Blöcke! So! Gut, dass ich ein alter Minecraft-Profi bin und früher auch Minecraft gespielt hab! Haut rein, Leute! Mach's gut! So! Und! Ich hab's rüber geschafft! Okay! Wo seid ihr? Vorsichtig! Huh! Nein! So! Mal gucken, wo sie... Ah, Digger! Da ist Kasper! Okay! Hier noch weiterspringen, Leute! Okay! Weiter geht's, Freunde! Oh mein Gott! Hier rauf springen! Hier rauf! Hier ist ein Spawnpunkt! Ja! Ja! Wir haben schon den Check! Mal gucken! Jetzt warten wir auf Denno! Mal gucken! Wie lange Denno jetzt braucht! Soll ich dir entgegenkommen? Soll ich dir entgegenkommen? Soll ich nochmal machen? Denno! Soll ich zurückkommen? Das war knapp! Du schaffst das! Letzter Sprung! Letzter Sprung! Letzter Sprung! Okay, Leute! Hey! Warte mal! Wie sollen wir jetzt zu unserem Ort hinkommen? Bauen! Habt ihr keine Blöcke? Nö! Ich komm mit dir rüber, Digger! Ich komm mit dir rüber! Sack! Digger! Warum hab ich denn jetzt keine Blöcke, Mann? Was ist denn das jetzt hier? So! Also entscheidend können wir die Kiste aufmachen! Hier! LOL! Die Kiste ist voll gut, Digger! Auf! Alles nehmen! Alles nehmen, Digger! Bloß nicht mehr runterfallen, Leute! Bloß nicht mehr runterfallen! Sprung! Ja! Und hier ist noch ein Lucky Block! Und aufmachen! Da ist eine Kiste drin! Mit Diamanten! Mösser! Nein! Oh! Sind da viele Lucky Blöcke, Leute! Alter! Äh! Und ich meine auf! Ich mach jetzt meine auf! Die Rüstung! Zack! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! So! Oh yeah, Baby! Und rüber! Okay! Oh, Leute! Jetzt wird's geil! Haut da rein, Digger! Haut da rein! Jetzt wird's nämlich richtig gut, Freunde! Jetzt haben wir die dicken Lucky Blöcke hier am Start! Aufmachen! 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 Ja! Ich hab ein Glücksschwert! Ich hab hier ordentlich was! Alter! Yo! Ey! Wow! Was? Geil wird's! Sind das nur gute Lucky Blöcke? Passiert da auch wirklich nix? Sind doch schlimme! Ich glaub... Ich bin mir erschrocken, Digger! Ey! Ey! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, Digger! Hier aufmachen! Nochmal ne Kiste! Yo! Sehr gut, Mann! Ich hab richtig geile Ausrüstung! Nein! 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 Ja! Ja! Die Errüstung hab ich gerettet, Digger! Nein! Nein! Bitte! Bitte! Wasser! 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 Halbes Herz! Halbes Herz! Alter! Let's go! Ey! Nein! Was ist das jetzt? Ich bin eingesperrt! Nein! Ich bin unter Wasser eingesperrt! Ich bin eingesperrt! Ich ersticke! Ich ersticke! Wo bist du? Soll ich dich frei bauen? Ja! Yo! Alter! Alles klar, Männer! Also wir sind jetzt in der Arena und haben auch noch Lucky Blöcke! Nein! Ich bin eingesperrt! Ich bin eingesperrt, Digger! Ich bin eingesperrt! Die Arena ist jetzt kaputt! Die Arena ist jetzt kaputt! Ich hab mich zu weit! Digger! Dann gehen wir es halt auf die ganze Zeit der Ritual! Ernst du Mann Schwert! Ernst du Mann Schwert! Ey! Ich seh dich doch! Ey! Hallo! Wie hier bin ich! Ey! Auf mich zu schlagen! Ey! Auf mich zu schlagen! Das Ding ist, wir müssen heute ein bisschen zusammenhalten, Kaspar! Mh! Müssen wir auch! Guck mal wo wir sind in einem Villager-Dorf! Ja! Stimmt! Das Ding ist, heute ist es... Alter! Irgendwelche Früchte die hier stehen! Ich weiß auch nicht ob du... Ah! Okay! Ja! Okay! Das Ding ist, wir müssen heute aufpassen! Weil etwas ist heute anders in Minecraft! Denn die Kisten sind nicht normal! Ich will mal gucken, was meinst du damit wie die Kisten sind nicht normal? Das Ding ist, du wirst hier keine Kiste finden! Weil die haben sich anscheinend irgendwie alle verbündet! Ja! Und wollen jetzt gegen uns kämpfen! Ja! Okay! Also wie die Kisten sind durchged... Also warte mal! Also du meinst jetzt diese Kisten wo man Sachen reinpackt oder was? Genau! Pass auf! Ich kann es immer ganz kurz... Oh! Guck mal ein kleiner Villager Mensch! Hallo kleiner Mann! Doch da! Mr. Villager! Genau! Guck mal hier! Das Ding ist halt, wir haben halt ein paar Vorteile auch, weil wenn wir diese Kisten zerstören, kriegen wir heftige OP-Items! Was? Also kommen die Kisten bei Nacht oder... Hier ist so eine Kiste! Guck mal hier ist so eine! Wo bist du? Wo bist du? Die sieht gar nicht gefährlich aus! Hier bin ich! Ja? Guck mal hier ist eine Pin! Aber die sieht nicht gefährlich aus! Das ist so eine andere Kiste! Das ist nur eine veraltete Kiste! Die können wir mitnehmen so! Aber die ist halt noch viel zu alt! Ja okay! Dann geht das vielleicht mit der nicht! Genau! Aber was genau muss man denn für eine mit... Ich baue mal ab hier! Aber was genau muss man denn für eine mitnehmen? Pass auf! Und zwar, wir können einmal ganz kurz in eine Crafting Bench erstellen! Und zeig das mal ganz kurz! Ich baue noch ein bisschen mehr Holz jetzt hier! Meine Kiste ist weg! Wie? Ich hab die abgebaut! Die ist hier auf einmal weg! Hä? Ja ich sag dir! Die Kisten haben sich ja alle ein bisschen verirrt oder sowas! So! Die wollten mir jetzt gar keine Haut oder so! Ich zeig dir jetzt mal was ganz... Pass auf! Ich hoffe du bist bereit dafür Kaspar! Ja zeig mal! Denn die Kisten... Ich crafte die jetzt und... Wo ist das denn? Boah! Ich sag's noch! Alter! Die schlägt nicht! Was ist das? Was? Ich weiß ich was! Hau sie mit dem Stock! Hau sie mit dem Stock! Hau sie mit dem Stock! Sie hat Kistenhände! Aha! Die geht auf mich! Jetzt hau die mal weg da bitte! Die nervt mich hier! Nö! Du hast nicht daran geglaubt! Nö! Nö! Du hast nicht daran geglaubt! Ey! Kiste greif ihn an! Geht die nur auf mich? Was ist denn mit dem blöden Ding? Das ist meine Kiste! Habe ich erstellt! So jetzt können wir mal ganz kurz hier nochmal... Geht die nur auf mich Leute! Geht die nur auf mich! Ich mach mir mal ganz kurz paar Werkzeuge hier! Alter! Die sollen jetzt hier so abhauen! Keine Sorge! Das war keine Sorge! Ich helf dir doch mal ganz kurz! Ja okay! Du wolltest noch nicht dran glauben! Was? Hier! Oh! Alter! Was habe ich da gerade alles? Ey! Was habe ich gerade alles bekommen? Was? Hast du die Kiste einfach gebaut? Oder was? Aus Holz? Guck mal was ich bekommen habe hier gerade! Guck mal! Was ist das denn? Hä? Hier ist der Gockels! Guck mal! Was ist das denn? Ein Fisch! Das ist ein Fisch! Okay warte mal! Ich will auch mal so eine Brücke! Okay warte mal! Guck mal! Was ist das denn? Ah! Da! Ja! Das glaube ich nicht! Die drehen die nur auf mich! Das verstehe ich gar nicht! Das verstehe ich gar nicht! Und das Ding ist, ich kann mir sogar ein Diamantschwert machen! Weil ich halt zwei Diamanten gerade bekommen habe! Gib mir eins bitte! Ich brauche eins! Nö! Ich habe nicht mehr Diamanten! Dann mach mir doch mal eins! Warte! Ich gebe dir... Ey! Hier! Das brauche ich nicht! Du musst jetzt mal diese... Ich habe noch kaum Leben! Jetzt kill dich doch mal! Okay warte warte! Ich gehe ganz gut! Und zack! Ich habe es geholt! Ich brauche irgendwas! Ey! Die haben voll krasse Items schon wieder gedroppt! Ja! Alter! Ich kann es halt nicht mal bekommen! Weil ich nicht mal irgendwie mich lehren kann! Du musst da reingehen! Du musst ins Haus reingehen dafür! Okay! Hier hast du das! Hey! Du bist so ein Assi! Oh ne Witz! Gib mal Waffe jetzt her! Ja! Okay! Pass auf! Ich muss erst mal ein bisschen mein Inventar jetzt hier gerade ausleeren! So! Mal ganz kurz gucken! Ich brauche jetzt mal echt Waffen, Alter! Du musst mir jetzt mal was abgeben! Ja! Guck mal! Ich mache jetzt mal ein bisschen leer jetzt hier gerade! Oh! Was ist das denn? Das habe ich doch alles gar nicht gebraucht! Das ist Müll! Das ist doch ein Schwachschap! Müll ist das! Das ist gar kein Müll! Müll ist das! Das ist kein Müll! Nein! Das darfst du so nicht sehen! Hier! Hey! Alter! Ohne Witz! Die Kiste geht schon wieder nur auf mich! Haha! Okay! Pass auf! Warte! Warte! Ich helfe dir! Ich helfe dir! Was sind das für ein Schrott hier? Au! Au! Ich bin fast tot! Ich bin fast tot! Ja! Endlich mal! Nein! Die boxt mich leicht! Die boxt mich! Oh! Ich habe sie geholt! Ich habe sie geholt! Okay! Hey! Du bist so ein Assi, Digga! Ja! Ich würde mal sagen, wir machen jetzt erstmal so ein paar Items, ne? Dass wir auch gegen die Kisten kämpfen können und dann spawnen wir mal ganz, ganz viele Kisten auf einmal! Na ja gut! Aber ich brauche dafür, ne ich muss dafür eine Kiste spawnen! Das geht nicht anders! Ja! Das ist auch in Ordnung! Ist auch in Ordnung! Ich muss ein, dass ein, zwei Kisten muss ich auf jeden Fall dafür spawnen! Hier ist doch so ein Slime-Ding! Kann man abhauen hier! Weg mit dem Ding! So hier komm! Kiste raus! Und jetzt hier! Noch nicht! Was machst du denn? Was geben die denn für Items? Ich habe es ja noch nicht mal gesehen bisher! Was die überhaupt droppen und so! Hast du was bekommen jetzt? Glow-Item-Frame? Was soll das denn sein? Hey! Ein Eisenschwert habe ich bekommen! Ein was? Ein Eisenschwert! Oha! Das ist doch hier voll wie cool! Blöcke sag mal! Ja sehr gut! Aber das ist ja einfach sicher! Hey! Du hörst jetzt mal wirklich auf! Diese blöde, blöde Kiste! Ey! Das hast du alles bekommen! Hä? Ich habe gar nichts bekommen! Doch ein Ei! Die hat dir gar nichts bekommen! Ja ich weiß nicht! Was haben die denn für so ein Schrott? Das Ding ist, wir müssen halt noch ein paar mehr Sachen halt rausholen auf diesen ganzen Kisten! Also einfach am besten noch mehr Holz abbauen sagst du? Genau! Am besten mal so eine Axt oder sowas und dann können wir schön ein bisschen Holz abbauen und kriegen jetzt gleich mal eine richtig heftige Kistenarmee hin! Okay, okay! Ich bin gespannt! Weil du kannst auch mehrere Kisten auf einmal raushauen und dann mal gucken was wir dadurch alles für heftige OP-Einig zu bekommen! Ach so Leute! Alter ich werde das jetzt so machen! Ich werde jetzt richtig, richtig viele Dinge abbauen! Ja! Ich werde elf Stück oder so von diesen Blöcken abbauen oder acht Stück reicht glaube ich ne? Du brauchst acht Holzblöcke und dann musst du die alle placen einfach! Ja ja genau! Warte noch! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Lauf! 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 Bitte wir sind sieben Stück! Oh mein Gott! Okay ähm! Allemal wir müssen! Wir müssen! Wir müssen auf den Baum oder so was! Oh Gott Kaspar! Du musst mich fort zu dir schnell! Du musst auf den Baum! warte doch nein hilfe Ich glaube, ich mache mir auch eine Boxen. Oh mein Gott. Hey, der hat mich hier runtergehauen. Geld bekommen oder was? Die sind richtig gut, Mann. Ich weiß, sie sind viel zu stark. Sie sind echt heftig, die Kisten. Pass auf, warte. Du da, Schnee. Was ist das denn noch? Was ist das alles für Material hier? Oh, ich habe einen kaputt gehauen. Was können wir denn hier? Oh, Alter. Das sind Diamanten, oder? Ich habe sie alle jetzt geholt, Kasper. Du wirst jetzt so bereuen, dass du mir nicht geholfen hast. Du sagst also, ich habe Probleme, ja? Oh mein Gott. Du sagst ein bisschen Stress, sagst du, okay? Ja. Kein Problem, das kriege ich alles hin. So, ich nehme nochmal ganz kurz das hier. Und Attacke auf ihn! Oh Gott, kommen die hier? Ja, die kommen alle. Oh Gott, wo bist du, wo bist du? Ich lasse sie alle auf dich schicken. Wieso? Ja, weil du so blöd bist zu mir. Die ganze Zeit mich auch dreimal schon gekillt hast. Gar nicht. Bist du hier? Du läufst hier da. Da bist du doch! Oh, wie mit Gebrillen! Boah! Alter, der hat der Spinnen gespielt. Ich glaube es nicht. Nein! Ah! Nein! Oh, da haben wir Blöden, Digga! Mann, das legt auch voll. Hey! Ja! Was ist das denn? Ja! Los, auf dich, Kasper. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Auf, jetzt ist es. Du hast sofort die Items liegen lassen. Hast du verstanden? Du hast sofort die Items liegen. Ey! Mann, ey! Also, Kasper. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier auch nicht was vor, denn wir wollen jetzt probieren, so viele wie möglich hier drin quasi zu spawnen. Also erstmal bauen wir ganz kurz hier die Kiste ab. Also, wir wollen sozusagen so viele Kisten wie möglich spawnen. Wir haben hier einiges angelootet, ne? Du siehst, ich habe richtig, richtig viele Stacks Holz am Start, ne? Guck mal hier in der Hand. Ich auch, ich auch hier. Davon habe ich richtig, richtig viele. Ich würde sagen, komm, wir packen die rein. Nein, nein, wir machen die am besten ins Haus rein. Ah, lol! Okay, okay. So, das heißt hier, da wo die Crafting Bench eben war, packen wir ganz kurz hier rein. Schaffst du es noch schnell genug da raus dann? Ja, ja, das schaffe ich noch schnell genug raus. So, und jetzt machst du die ganze Zeit im Kreis ganz viele. Genau, aber du musst halt da auch ganz schnell raus gleich, weil wir drücken ja auf, weißt du, die letzten 64 packe ich dann rein, weißt du? Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Okay, bist du ready? Pack dir gerade alle rein hier. 64, 64, 64. Okay, pass, pass. Ich habe alle drinne. Ich bin ready. Ich warte auf dein Kommando. Dann drücke ich hier und dann kommen da irgendwie, keine Ahnung wie viele Dinger raus. Okay, hier. Okay, ready? Bist du ready? Drei, zwei, eins, go! Oh! Lass mich hier raus! Lass mich hier raus, Kaspar! Oh mein Gott! Oh, die Kisten auf mich! Lauf! 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 Du musst weglaufen! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das sind so viele! Alter, die gehen alle drauf! Die haben alle Falldamage! Dülfel, wo bist du? Goldapfel, hier, da bist du! Lauf! Ich habe keinen Goldapfel! Lauf! Gib mir einen Goldapfel! Gib mir einen Goldapfel! Warte, ich brauche Lava! Lava! Wow! Oh Gott, Lauf! Die sind verschillt rot! Die sind verschillt one-hit alle! Warte, ich habe Brot, 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 Brot! Hilfe! Ey, die gehen alle auf dich! Oh nein! Oh mein Gott, ich krieg so viel Stuff! Ich krieg so viel Stuff! Hilfe! Oh, Alter! Ich habe... Nein, die ganzen Items verbrennen! Was hast du da alles? Es gibt so viel Stuff rum! Alter! Holy Moly! Wow! Wow! Komm, spreng die hoch! Spreng die hoch! Ja, jetzt geht's schlecht! Jetzt krieg ich das nicht mehr! Jetzt gehen die wieder auf mich oder was? Jetzt sind die Sau auf mich! Ja, jetzt krieg ich das so mit dem Tee nicht wegen dir! Blöden Dinger hier! So, jetzt habe ich die tot! Okay, okay! Ey, jetzt gehen alle auf mich! Hey, du Assi! Was machst du? Was machst du denn? Ey, mein Lava-Eimer! Ey, ah! Nein! 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 Oh, Rapper! Ey, was warst du denn? Ja! Lass das noch ein Video gewesen sein! Ich hoffe, dir hat es gefallen! Lass gerne ein Like und ein Abo da, wenn es so ist! Stell dir in den Fall gerne bei mir aus, Leute! Und haut da rein! Und bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao!